Norddeutscher Rundfunk 2021 Wahnsinnsspiel. Ich denke mal nach dem 0-3 Rückstand hätte keiner mehr am Stadion gedacht, dass wir es noch drehen. Was dann passiert ist, ist einfach einzigartig. Habe ich so in der Form auch noch nicht miterlebt. Als ich dann eingewechselt worden bin und die Fans miterlebt habe, wie die abgegangen sind und uns gepusht haben, das war einfach wirklich einzigartig und ich würde mal sagen, ein super Heimdebüt. Ich bin mega glücklich. Ich denke, es ist immer noch ein bisschen frisch. Ich bin jetzt knapp sechs Wochen hier. Aber es läuft immer besser. Die Jungs nehmen mich super auf und ich habe ein gutes Gefühl. Ja. 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 Ja.